Wir müssen sicher mit diesen drei Punkten zusammen sein. Wir haben sie als Ziel genommen und haben sie heute auch mit einem 3-0-Sieg geholt. Mit diesem ist es mega cool. Aber klar haben wir uns das im Spiel leichter vorgestellt. Es war eine grosse Anspannung und Unsicherheit da. Das müssen wir das nächste Mal ausschalten. Wir waren heute in einer Favoritenrolle. Das können wir sicher nicht schon viele von uns behaupten. In solchen Rollen muss man auch ein wenig hineinwachsen. Wenn man es auf dem falschen Fuss verwirscht, dann ist es sehr schwierig, die Unsicherheit wieder abzuschalten und auf das zu vertrauen, was wir eigentlich können und sehr gut machen. Wir haben das eine Diagonale in den Griff bekommen und das haben wir sicher auch geschafft. Wir haben sehr viel blocktaktisch dort gut gearbeitet. Es waren eher die anderen Sachen. Einfache Sachen, die die Konzentration brauchen, die heute ein wenig geschüttert sind. Nochmals gegen das gleiche Team ist die Analyse des Videos noch etwas tiefer. Wir haben schon ein grosses Vorwissen und alle die Erfahrung des Spiels. Und dann kann man natürlich auch unser Spiel analysieren und daraus die Punkte, die wir besser machen wollen.